Die Sozialwohnungen sind sogenannte verbundene Wohnungen. Sie sind für eine Zielgruppe im unteren Einkommensbereich gedacht. Zum Beispiel einen Ein- und Zwei-Personen-Haushalt hatten wir jetzt vorhin. Mit Kind waren wir bei 26.000 Euro netto. Und wie gesagt, wenn man niedriger Einkommen hat oder im Transfer ist, SGB II oder Hartz IV, wie wir sagen, dann bekommen diese Menschen einen Wohnberechtigungsschein und für diese Menschen stehen dann entsprechende Wohnungen zur Verfügung. Das Schöne heute, was wir mitteilen konnten, war, dass zusätzlich in diesem Jahr 600 Wohnungen mehr für diese Zielgruppe zur Verfügung stehen. Man geht zum Wohnungsamt und kann dort diesen Wohnberechtigungsschein beantragen oder man geht auf die Homepage der Landeshauptstadt Potsdam. Dort wird man auch hingeführt aufs Wohnungsamt und kann sich anschauen, wie die Einkommensgrenzen sind und sich vorinformieren. Man sieht es aber auch auf der Homepage von der Pro Potsdam, wenn man berechtigt ist. Und wie gesagt, gerne auch einfach im Rathaus vorbeikommen, dann wird es einem auch erklärt. ... Haushalte in dieser Stadt die Möglichkeit, sich regelmäßig erfundigen zu können über Angebote auch in diesem Segment, sodass es nicht nur über den Kontakt zum Wohnungsamt möglich ist, sondern auch über unsere Homepage, aber dann natürlich der Kontakt zum Wohnungsamt hergestellt werden muss, um den WBS-Antrag entsprechend zu stellen, beziehungsweise gucken zu lassen, ob die WBS-Antrag ist. Wir bauen in diesem Jahr in drei Neubauvorhaben Wohnungen in der Waldstadt und auch in Braunstädte Feld. Und wir haben insgesamt zusammen mit den sanierten Wohnungen 800 Wohnungen, die wir mit Mietpreis- und Belegungsbindungen bereitstellen. Und dort sind wir in enger Kooperation mit der Landeshauptstadt, mit der Verwaltung, um dringliche Fälle der Wohnungsamtversorgung dann auch bedienen zu können. Das heißt, diejenigen, die ein WBS mit Dringlichkeit haben, die werden dann auch diese Wohnung zukünftig nutzen können. Der WBS, der richtet sich an Einkommensgrenzen aus und da sind ganz unterschiedliche Fallkonstellationen denkbar, die durch die Stadt entsprechend versorgt werden. Die ProPotsdam hat per Ende letzten Jahres 3600 Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen bereitgestellt. Und jedes Jahr kommen 600 Wohnungen dazu, entsprechend unserer Vereinbarung, wie die wir mit der Landeshauptstadt getroffen haben. Wer also einen Wohnberechtigungsschein braucht oder in solch eine Wohnung über ein Benennungsverfahren geraten möchte, der kommt am besten zu uns. Wir haben Sprechtage dienstags und donnerstags, dienstags von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Da kann eine persönliche Beratung stattfinden. Wir lernen gerne Menschen kennen, die Hilfe brauchen und wissen so schnell wie möglich über die konkreten Wohnungsbedarfe Bescheid. Dann kann auch die Benennung möglichst zielgerichtet erfolgen. Wir erfassen solche Sachen wie, wo braucht jemand konkret eine Wohnung? Gibt es so etwas wie ein Kita oder einen Schulplatz, der zu berücksichtigen ist bei der Auswahl der Wohnung? Wir erfassen individuelle Bedarfe wie eine rollstuhlgerechte Wohnung und ähnliches. Das lässt sich sehr gut im persönlichen Gespräch lernen. Wir sind aber natürlich auch bei E-Mail über die E-Mail-Adresse, die auch in der Pressemitteilung steht, erreichbar und telefonisch. Und das geht natürlich auch, dass man seine Unterlagen in der Pressefirma reinreicht oder einschickt, wenn man einen DBS beantragt. Seit März dieses Jahres haben wir unsere Mieter- oder Kunden-App aktiv und darüber können auch Mitinteressenten regelmäßig unsere Wohnungsangebote erhalten über einen Superagenten. Und somit haben Familien und Haushalte in dieser Stadt die Möglichkeit, sich regelmäßig erfundigen zu können über Angebote auch in diesem Segment, sodass es nicht nur über den Kontakt zum Bundesamt möglich ist, sondern auch über unsere Homepage, aber dann natürlich der Kontakt zum Bundesamt hergestellt werden muss, um den BBS-Antrag entsprechend zu stellen bzw. kuchen zu lassen, ob die BBS-Berechtigung hier an der Stelle auch trägt. Die Angebote können Sie auch heute im Netz finden, für alle im Moment verfügbaren Wohnungsangebote. Im Moment sind es angekündigt, dass es auch im Quartier 8 in Drehwitz, unser modernisiertes Objekt, was jetzt sozusagen die letzte Runde geht, und dann sind wir fast fertig für dieses Jahr und haben neben der Rolle von der Rolf-Allee, die wir mit der Rolf-Schafter berechtet, dann sozusagen auch in Drehwitz in der abschließenden Fertigstellung, die wir auch erstmals in Drehwitz-Berechtigung anbote haben. Darüber hinaus...